Hallöchen, Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ellie für die Switch und wir machen direkt weiter bei den störrischen Maschinen. So. Ach, die muss man alle vier anbekommen, ne? Alle? Ich glaub, die müssen alle an sein. So, jetzt ist die Tür auf, ne? Schauen Sie, was man als Tür nennt da vorne, ja. Zack, kommen wir durch. Ja, moin moin. Oh. Hier kann man nicht springen, okay. Das müssen wir dann ein bisschen anders machen. Oh. Aber was kriegen wir hinten? Pass auf. Und jetzt? So, oben müssen wir die Mütze noch einsammeln, oder nicht? Bin ich doch hier. Ist das richtig? Wie kommen wir denn da hoch? Noch mal. Unsichtbare Treppen gibt's hier überall. und hoch geht's ok warte mal das wollte ich gar nicht da hinten ist noch einer scheiße so ne wo war die tür davon jetzt da ok das ist aber gut dass man wieder volles leben bekommt bei den gong schlägern ok da hinten ist die tür habt ihr die gesehen ich habe sie gesehen das war ich doch wenn ich die gesehen habe aber da hinten ist sie das ist so eine maschine wieder ich muss wieder ein ball rein so eine abgefahrene kugel auf jeden fall hier hier da fällt natürlich sofort runter natürlich anders werfen irgendwie los wie ist die frage seine schräge ist da ja da muss das geht da runter sonst rollt die weg ok wenn es geht erst runter machen dafür brauchen wir natürlich eine maschine ok da müssen wir hinten ok also müssen die maschine jetzt mal finden wo kann die denn sein ah also ich meine den schalter der der das tor runter bewegt ne ihr könnt ihr sehen da hinten ist ein tor das müssen wir irgendwie runter bewegen das ist natürlich die frage wo wir dieses tor finden wir kommen durchs feuer auch nicht durch oder sei dumm na egal aber von hier sind wir gekommen also es muss ja hier irgendwo sein ok also wie kriegen wir da das tor runter oder das klappt aber glaube ich nicht ne wenn ich das genau da oben gegenwerf kriegt doch nix ne ne das tor muss runter aber wie krieg ich das runter ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht ich bin grad ein bisschen überfragt hier ich weiß es vorher kommen aber nicht durch das wollen wir gar nicht probieren ich bin kann ich hier noch rüber Wollt' mal. Geht's da noch irgendwo rüber? Nee, ne? Doch, tatsächlich. Okay, das konnte man jetzt überhaupt nicht sehen. Das ist natürlich echt schlecht. Aber seht mal, jetzt kommen wir es da oben runter machen. Ja, hab ich gleich tot. Ich glaube, das Tor ist trotzdem unten. Guck mal. Ja, okay, ist trotzdem unten. So, dann können wir den Ball jetzt noch holen. Aber ja, das war ja, konnte man nicht so richtig sehen, ne? Das war ein bisschen blöd gemacht, fand ich. Aber na ja. Guck mal, es ist die Kugel, dann bleibt ihr da. Wir können die schnappen. Und hier rein tun. Jetzt ist Feuer aus. Perfekt. Gut, jetzt ist Feuer aus. Und müssen wir gleich jetzt auf Speed machen. Aber macht nix. Kriegen wir wieder neu die Leben hier. So, jetzt müssen wir mal belegen, wie wir das machen. Also, hier geht auch noch nix. Oh. Oh. Ah, macht nix. Ich habe ihn hier. Ein Kongo-Maten. So. So. Das war's, der könnte ich die Durchsprecher. Jetzt muss ich hier natürlich laufen, ohne die Kugel zu verlieren. Okay. Das gleiche Spiel hier drüben auch nochmal. Obwohl. Na, jetzt geht die Brücke auf. Okay. Und wir können rüber. Wunderbar. Ah. Deine Sprung-Einlagen. Hallo. Du stehst in der Luft. Und was machen wir da jetzt? Okay. Aber ich stehe auf jeden Fall Luft. Oh. Mal probieren. Das hat mir ein roter Diamant gewesen. Der Kristall. Ach, da. Okay, da kommt man nochmal aufsperren. Okay, machen wir nochmal. So. Hä? Das ist auch echt nicht ersichtlich so richtig, ne? Also man sieht, dass es so ein bisschen schemenhaft ist. Können wir es sehen. Man kann so sehen, wie so ein... Ja. So ein... Ein leichtes... Ah. Ich probiere es so lange, wie ich es schaffe. Jetzt will ich darüber. Hä? Oh, das war doch fast an der Kante hier. Noch einmal. Ja. Jetzt verschiebt sich alles ein bisschen hier. So. Hier ist auch doch wieder irgendwas, wo man... Hier, ne? Ah, okay. Also ein bisschen schwer, gerade, ne? Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg hier, ne? Gucken. Oh. Ich finde, das ist gerade so ein bisschen tricky. Muss ich jetzt auch gar nicht machen. Scheiß auf die Münzen. Äh, auf die Kristalle. Warten, bis ihr Fahrstuhl zurückkommt. Oh. Man spricht daneben. Das ist dumm. So. Fahrstuhl kommen. So. Aber soll man hier nicht hin, oder was? Ich verstehe es nicht. Oder muss ich da so springen durch dieses unsichtbare, so Try and Error-Prinzip? Das ist doch kacke. Kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal. Also gehen wir hier wieder mit. Wir müssen hier weiter, ne? Was anderes gibt es hier nicht. Verrückt. Versuchen wir nochmal. Ah, ich habe noch eine Idee. Warte mal. Vielleicht kann ich mit meinem Stab das auch sichtbar machen gleich. Das versuchen wir mal. Das versuchen wir jetzt mal. Pass mal auf. So, warte mal. Aha. Gut. Dann ist das Ganze ja nicht ganz so schlimm. Dann bin nur ich dumm gewesen die ganze Zeit, wie man sieht. Das ist das Ganze ja nicht so schlimm. Okay, das ist natürlich dann nicht mehr ganz so schwer und ich ziehe meinen Hut davor, dass ich so dumm war und das hier nicht gesehen habe. Okay, hätte ich das mal vorher gewusst, aber irgendwie habe ich das wahrscheinlich überlesen oder so. Gut zu wissen. So, hier geht es auch noch mal da. So, hier unten rum gehen? Warum soll ich auf jeden Fall schon mal ein geheimer, eine geheime Plattform? Ein schöner Baum. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das mal vorher gewusst. Hier sind Beamer nur, ne? So, da oben. Hier ist noch eine Münze. Sehr gut. Langsam wird es. Ein massiver Stein. Den müssen wir doch irgendwie darüber bekommen, wahrscheinlich. Ich weiß mal dahin. So, treiben Sie aber die ganzen Geheimnissen hier. Da. Hä? Da hat sich jetzt sicher, dass man überall mal drückt. Hab ich. Da kriegen wir nicht so einfach. Da sind Sie auf diesem Wege. Äh. Okay. 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 muss man irgendwie darauf bekommen bloß wie ist die frage so anscheinend nicht ist auch nichts okay der trotter wie es eine gewinne gibt es einfach wir gehen aber hier links und der freundlich nicht längst ich glaube dass der richtige weg oder ich errichte die wege war zumindest ein weg so ja dann konnten wir hier aber nicht drin so ja okay da kann man natürlich nur hin wenn wir die drehscheibe drehen kann da okay wo wir hin müssen weiß ich auch nicht und da ging es nicht weiter und nur hier rüber wo krieg ich denn das krieg ich ja nicht darauf wie soll ich das machen ach so es ist eine holzkiste dann kann ich damit hüpfen habe ich jetzt gar nicht im kopf gehabt oh wie dumm darauf kann es auf jeden fall nicht wo soll es dann hin die frage ich weiß trotzdem nicht wo wir hin sollen das ist problem also war aber jetzt gesetzlich längst können warte mal noch eine hutmünze natürlich super dann können wir darauf das hätte man ja auch vorwissen können so schwer war es dann doch nicht so sind wir wieder zurück hier längst hier längst hier nach oben und hier oben können wir dann ja wahrscheinlich den schalter drücken und landen direkt da wo wir sollten sollen und beziehungsweise schnell sein aber das müsste klappen siehst du wohl schlüssel i got the key okay sagen wir mal hier mal die ganzen dinge ein da wollen wir gar nicht landen na egal schlüssel aber trotzdem wir müssen noch zurück hier naja also hier rüber und hier oben längst sauber ach ja also da rüber springen einfach darüber springen kann man nicht mehr da sind schon weit wenn sie das ding runter holen aber da kommen wir ja auch nicht mehr da doch fühle ich ach wie dumm warte jetzt weiß ich wie also jetzt müssen wir natürlich das ding noch mal drehen aber das ist ja kein problem dann müssen wir uns den den würfel natürlich wieder runter holen so oder wieder zurück nach scheiße jetzt hätte ich oben bleiben können natürlich auch blöd egal noch mal so so dann haben wir diese seite jetzt auch geschafft würde ich sagen nicht nur würdig es ist so und öffnen so aber hier machen wir es beim nächsten mal weiter ich danke fürs zuschauen bis dahin tschüss so